Wie wir in Australien sagen, guten Tag. Ich habe heute auch einen anderen Australier oder Australierin kennengelernt, back da hinten. Es ist richtig gut, hier zu sein. Hallo, Doxadeo. Und hallo auch an dich, der du zu Hause bist mit einem Kaffee. Es ist gut, hier zu sein. Karen und ich, wir lieben es, Menschen von anderen Kulturen kennenzulernen. Wir hatten das Vorrecht, ganz verschiedene Länder schon zu besuchen. Und wir konnten wachsen, weil wir Menschen von unterschiedlichen Hintergründen kennengelernt haben. Und es ist ganz gleich, wie viel du über ein Land liest. Oder dir Bilder von dem Land anschaust. Oder irgendwelche Dokumentare anguckst von unterschiedlichen Kulturen. Ja, es ist nicht vergleichbar mit, das Land zu besuchen. Wer von euch ist schon mal außerhalb von Europa gewesen? Okay, how many have been to Australia? Wer war schon in Australien? Sehr schön. Ah, well done. Sehr schön. It's the best place to be. Ist der beste Ort zu sein. Okay. So, why are you here? Why are you here? Blame God. Warum bist du, ja, es ist Gottes Schuld. Yeah, God. Es gibt einen großen Unterschied, von einer oder anderen Kultur etwas zu wissen. Oder sie zu erleben, diese Kultur. Ein Land, das wir bereisen durften, war Bangladesch. Wer war schon in Bangladesch? So dachte ich mir das, nicht viele. Ist nicht ganz oben auf der Liste der Reiseziele. Dakar, was die Hauptstadt ist, ist bewertet als die am zweitwenigsten lebenswerteste Stadt. Nur Damaskus ist noch drunter bewertet. Aber man kann natürlich ein paar Bilder von Dakar anschauen. Und manche von denen, die schauen richtig wunderbar aus. Es ist richtig exotisch dort. Aber so ein Bild hat nicht die Gerüche. Oder der Klang der Stadt. Oder die Wirkung, die man erlebt, wenn man dort ist. Wenn man ein Land nicht besuchen kann, dann ist es die zweitbeste Möglichkeit, jemanden zu treffen, der von diesem Land kommt. Mit dem zu reden. Die Geschichten zu hören. Das Essen zu essen. Um die Familie zu treffen. Und wenn du das tust, dann beginnst du ein bisschen wahrzunehmen, wie dieses Land sein kann. Wir sind jetzt in Deutschland für drei Jahre. Und wir beginnen zu verstehen, wie die Deutschen ticken. Und ihr seid wunderbare Menschen. Ihr klingt nicht so überzeugt. Ihr seid wunderbare Menschen. Meine Tochter ist verheiratet mit dem Deutschen. Und ich habe zwei Engelkinder, die sind halbdeutsch. Ein anderer Weg ist, ein Land kennenzulernen, ist, in seinem eigenen Land zu einem Ort zu gehen, wo diese Menschen aus diesem Land leben. Die zweitgrößte Stadt in Australien ist Melbourne. Und Australien hat eine große griechische Population. Melbourne ist die größte griechische Stadt außerhalb Griechenlands. Wenn man die griechischen Städte in Griechenland anguckt, dann wäre Melbourne die fünftgrößte griechische Stadt von der Population her. Glaubt ihr mir? Nein, ich habe gegoogelt, es muss wahr sein. Nein, nein, es ist wahr. Aber wenn ihr ins griechische Quartier geht, in die griechische Nachbarschaft in Melbourne, dann kannst du Griechenland erleben. Die Menschen, die Sprache, das Essen, selbst die Gebäude, das Gefühl ist wirklich griechisch. Wenn die griechen in Melbourne ihre eigenen Häuser bauen, dann sind es griechische Häuser. Da gibt es kein Rasen im Vordergarten. Dann da ist einfach Beton. Da sind Statuen, Statuten und Springbrunnen. Das ist richtig griechisch. In Brisbane, woher ich komme, da gibt es ein chinesisches Gebiet. Und wenn man durch dieses chinesische Tor durchgeht, dann fühlt man sich auf einmal wie in China. Chinesische Menschen, chinesische Sprache, chinesische Essen, chinesische Architektur. Ja, und viel, viel günstiger, als nach China zu reisen. Ja, komm mal zur Predigt, Michael. Ich möchte euch eine Bibelstelle aus Apostelgeschichte 17 lesen. Da heißt es im Vers 27, Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eure Dichte ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Das, was die Bibel hier sagt, ist, dass Gott Menschen an Orte gestellt hat. Er hat Völker geschaffen. Und es ist großartig, diese Unterschiedlichkeit, die Diversität zu sehen. Aber er hat uns in diese Welt gestellt für einen besonderen Grund. Dass wir ihn finden. Dass wir ihn irgendwie entdecken. Und das Bild, was Paul schreibt, ist von Menschen, die im Dunkeln tappen. Die unfähig sind, es zu sehen. Aber nach irgendetwas schauen. Und möglicherweise Gott finden. Und es geht nicht so um einen hoffnungslosen Sinn, aber es ist etwas, was anziehbar ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging oder geht, aber in meinem Leben habe ich das so erlebt, dass manchmal nach Gott suchen, wie im Dunkeln tappen ist. Hat es sich auch mal für dich so angefühlt? Seid ehrlich. Es ist die Reise, Gott wirklich zu entdecken. Manchmal sind unsere Augen geschlossen. Und wir schauen nach etwas. Ich denke, sogar Menschen, bevor sie Jesus kennenlernen und entdecken, haben sie diese Suche in sich. Sie schauen nach etwas. Vielleicht auch unwissend, nach was sie eigentlich sind. Aber dieses Suchen nach Gott, ist es manchmal schwierig. Aber dieses Suchen nach Gott, ist es schwierige Zeiten. Aber die Worte, die Herr Paulus verwendet, ist nicht, dass es ein sinnloses, nicht zielführendes Suchen ist. Weil er sagt, dass Gott hier ist. Er ist nicht weit weg von uns. Er kann gefunden werden. Er versteckt sich nicht vor uns. Er möchte gefunden werden. Er möchte entdeckt werden. Um erfahren zu werden. Sodass wir ihn kennen. Und in diesem Kennen, werden unsere Augen geöffnet. Und dann sehen wir ihn immer klarer. Das ist unsere Reise mit ihm. Als Christen, als seine Nachfolger. Und auch als Menschen, die ihn noch nicht kennen. Also, worüber wir nachdenken können. Über was wir nachdenken sollten, ist, wie können Menschen, die ihn nicht kennen, verstehen, wie können die ihn verstehen? Wie kommen Menschen, die keine Erfahrung mit ihm haben, an diesen Positionen, wo sie ihn kennen? Und wie passiert es? Wie ist es für dich passiert? Vielleicht bist du hier und suchst immer noch. Es gibt so viele unterschiedliche Wege, wie Menschen zum Glauben kommen, Jesus zu entdecken. Ja, und so unterschiedliche Wege, die Leute gehen. Und heute Morgen möchte ich über einen wichtigen Weg reden. Einen wichtigen Weg, den Gott benutzt, dass Menschen ihn entdecken. Und ich möchte euch hineinnehmen in den Philippabrief, Kapitel 3, Vers 20. Und da heißt es, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Bürger des Himmels. Paulus hat hier an die Gemeinde in Philippi geschrieben. Und er benutzt hier einen Begriff, der übersetzt hier ist in dieser Bibelstelle, als Bürger des Himmels. Ich bin mir sicher, dass du da schon drüber gepredigt hast. Reich Gottes. Hat er darüber schon gepredigt? Vielleicht zu viel schon? Bürger des Himmels. Was ist den Menschen, den Christen in Philippi in den Kopf gekommen, als sie das gelesen haben, was Paulus hier schreibt? Paulus hat diese Gemeinde übrigens begonnen, gestartet. Und mit großem Widerstand, als er angefangen hat und Verfolgung. Er war da für eine sehr kurze Zeit in Philippi. Und ist dann gegangen. Philippi war eine ganz wichtige Stadt im römischen Reich. Es war eine Kolonie von Rom. Ja, das Wort Kolonie ist nicht sehr populär diese Tage. Es hat ganz, ganz viel negative Bedeutung. Aufgrund der Europäer, die überall ihre Kolonien hatten. Aber können wir das negative Mal auf die Seite schieben? Und feststellen, da sind noch ein paar positive Gedanken da drin. Also Philippi war eine römische Kolonie. Und der Imperator Augustus hat es als eine Kolonie etabliert. Und er hat den Titel Ios Italicum dieser Kolonie gegeben. Und es war die höchste Bewertung, was man einer Kolonie geben konnte. Und diese Bezeichnung dafür heißt eigentlich übersetzt italienisches Recht. Philippi, das in Griechenland heute liegt, hat den gleichen Wert gehabt wie eine italienische Stadt. Der Boden in Philippi war römischer, italienischer Boden. Und jeder, der in Philippi geboren wurde, war automatisch auch römischer Bürger. Mit all den Vorrechten. Philippi war so ein Mini-Rom, Miniatur-Rom. Und die Kolonien waren sehr, sehr wichtig im römischen Imperium. Es war einer der Wege, wie das römische Reich das Gebiet um sich herum eingenommen hat. Und diese Kolonien waren dominiert von dem römischen Gesetz. Die Sprache, also römische Sprache wurde dort gesprochen. Kultur wurde dort gelebt. Die Religionen kamen da an, die Gewohnheiten. Selbst die Architektur von Rom war dort. Falls du niemals Rom besuchen konntest, dann geh einfach nach Philippi und dann wirst du erleben, wie es in Rom sein könnte. Wenn du Rom nicht erfahren oder erleben konntest, dann konntest du Rom in Philippi erleben. Das Wort Apostel, was ein sehr geläufiges Wort ist für uns als Christen, hat tatsächlich eine Verbindung mit dieser Idee, Kolonien zu etablieren. Ein Apostel war jemand, der geholfen hat, Kolonien zu etablieren, um die Wege von Roms in einen anderen Ort zu transportieren. Die Gesetze von Rom, die Sprache, die Traditionen, der Lebensstil, die Werte, die Überzeugungen von Rom. Es ist interessant, dass Jesus unser Chef Apostel genannt wird, vom Himmel kommend, um das Reich hierher zu bringen. Der Vers in Philippi, ich lese ihn nochmal, Hier, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Es gibt sogar manche englische Bibelübersetzungen, die den Begriff verwenden, ihr seid eine Kolonie des Himmels. Die sagt nicht einfach nur, ihr seid Bürger des Himmels oder deine Bürgerschaft ist im Himmel. Sie schauen ein bisschen in die griechische Sprache Nuancen da an und verwenden dann, ihr seid eine Kolonie des Himmels. Und Eugene Peterson hat eine englische Übersetzung von der Bibel gemacht, die heißt The Message. Und er ist ein Professor in Kanada fürs Neue Testament und ist auch Pastor einer lokalen Gemeinde. Und er schreibt über dieses Konzept. Und Eugene Peterson frägt also diese Frage, warum denn Gemeinde? Warum existiert die Kirche? Warum seid ihr Teil einer lokalen Gemeinde? Warum Kirche Gemeinde? Und er sagt, die kurze Antwort ist diese. Der Heilige Geist hat die Kirche, die Gemeinde geformt, gebildet, um eine Kolonie des Himmels zu sein. In einem Land des Todes. Die Kirche ist das Kernelement von Gottes Strategie, um menschliches Zeugnis zu geben, um eine physische Präsenz zu sein des Reiches Gottes in diesem Land. So, dass das Reich Gottes in dieser Welt sichtbar ist. Es ist noch nicht vollständig da, das Reich, aber es ist ein Zeichen von diesem Reich. Unsere Staatsbürgerschaft ist im Himmel. Wir sind als erstes Christen und dann Deutsche oder Australier als Deutsche. Wir sind zuallererst Christen. Himmel ist unser Zuhause. Himmel ist unser Zuhause. Das ist, wo wir hingehören. Aber Gott hat uns hier in diese Welt platziert als eine Kolonie, um in dieser Welt zu leben, als ein Zeugnis für sein Himmel. Das Wort, das übersetzt ist in Bürgerschaft oder Kolonie, in diesem Wort steckt viel mehr drin als dieses rechtliche, die restliche Status, ich bin ein Bürger. und gleichzeitig steckt in dem Begriff Bürger oder Citizen auch diese Lebensart, der Lebensstil, der Weg, wie man in diesem Reich lebt. zu sagen, ich bin ein Bürger des Himmels, oder zu sagen, ich bin eine Kolonie des Himmels, bedeutet es, das ist tatsächlich auch wer wir sind und leben. In unserer Identität und auch in unserem Verhalten, in unserem ganzen Leben. Wir sind eine Kolonie des Himmels. Wie können Menschen Gott erfahren? Wie können die Leute, die nach ihm suchen, die nach ihm schauen, Wie können sie anfangen, Gott zu erleben? Wie passiert es? Und die Antwort ist durch uns. Die können uns berühren. Die können uns erleben. Und indem sie das tun, bekommen sie Stück für Stück ein Verständnis, wer Gott ist. und sein Reich und auch vom Himmel. Viele Leute finden Jesus nicht einfach in ihrem Schlafzimmer. Wo sie auf einmal irgendwie auf die Knie fallen und zu Gott schreien und sagen, ich brauche dich. Das kann natürlich passieren. Aber für die allermeisten Menschen passiert es nicht so. Für die meisten Leute ist es eine Reise. Selbst Menschen, die in einer Gemeinde aufgewachsen sind, aber die nicht an den Punkt gekommen sind, wirklich Jesus zu erleben. Die allermeisten Menschen erleben Gott durch Christen. Durch authentische Christen. Durch Christen, die ihr Leben praktisch machen. Durch uns. Wahr. Nicht perfekt. Darum geht es nicht. Ja, ihr habt ja an Bastian schon getroffen. Das ist wahr. Das ist wahr. Ja, ja. Ask my wife. Ja. Aber die meisten von uns erleben Gott durch andere Menschen. Durch dich. Als ein Individuum. Und ich denke auch nochmal in einer kraftvolleren Art und Weise sogar durch uns als gesamte Gemeinde. Wir sind eine Kolonie des Himmels. Ihr als Doxadeo, ihr seid eine Kolonie des Himmels. Ihr seid ein Zeugnis vom Reich Gottes. Nicht aufgrund von eurer Musik. Obwohl es richtig gut ist. Oder die Art und Weise, wie ihr Events veranstaltet. Wir sind total dankbar für all diese Dinge. Aber es ist wegen dir. Aber am Ende geht es um dich. Und durch dich. Durch dich. Durch das, dass du selber nach Gott suchst. Und ihn findest. Und ihn kennenlernst. Und diesen Prozess immer mehr die Augen geöffnet zu bekommen. Und ihn zu lieben. Im Markus Evangelium, da wird der Beginn von Jesus seinem Dienst beschrieben. Und da heißt es, dass Jesus angefangen hat, die Botschaft des Reich Gottes zu predigen. Und er sagt, die Zeit ist gekommen. Das Reich Gottes ist nahegekommen, es ist hier. Und da heißt es, kehrt um und glaubt. Kehrt um und glaubt. Und die Menschen, die das gelesen oder gehört haben, da hat was wiedergeheilt in ihnen. Das war nicht einfach nur ein religiöses Konzept. Wenn Königreiche andere Königreiche erobert haben. Dann ist der König, der gesiegt hat oder der General, der das Land eingenommen hat. Dann würde sich er hinstellen und ihn zurufen. Und er würde, wenn er sich hinstellt und ihn zuruft, einen ähnlichen Begriff verwenden. Und ihn zurufen, kehrt um und glaubt. Es war nicht ein religiöses Konzept. Es ist ein politisches Konzept. Ein Konzept von einem Königreich. Kehre um und glaube. Das Erste ist, erneuer dein Denken. Dreh dein Herz um. Dreh dein Denken um und komm zu uns. Dreh deine Gedanken zu uns. Und gib uns deine Loyalität. Gib uns dein Herz. Gib uns dein Vertrauen. Werde einer von uns. Kehre um und glaube. Gib uns deine Loyalität. Das Konzept von Umkehr und Glauben. Es geht nicht nur um die Entschuldigung für das, was ich getan habe. Es geht nicht um die Entschuldigung über das alte Leben. Obwohl das natürlich wichtig ist. Aber es gibt noch eine tiefere Ebene, was Umkehr bedeutet. Es geht wirklich, es ist ein Ruf nach Loyalität. Es geht darum, das Herz zu geben. Das Herz diesem Reich zu geben. Das größte Bild dafür, oder ein großes Bild, das wir dafür finden, ist im Alten Testament bei Ruth. Ich werde da jetzt nicht in Detail hingehen. Aber Naomi war eine jüdische Frau, die in ein anderes Land gezogen ist, aufgrund von Familie. Ein Ehemann und zwei Söhne. Und die zwei Söhne, die heiraten tatsächlich Frauen von diesem fernen Land. Und dann traurigerweise stirbt der Ehemann. Und auch die zwei Söhne. Und dann entscheidet sie, okay, jetzt gehe ich nach Hause. Und dann sagt sie zu den zwei Schwiegertöchtern, Bleibt. Bleibt bei eurer Familie. Findet dort einen neuen Ehemann. Beginnt dort eine neue Familie. Ich bin alt. Und ich werde jetzt in mein Land zurückgehen. Zu meinen Leuten. Und eine der Töchter sagt, okay. Und die andere Schwiegertochter Ruth hat anders geantwortet. Er sagt, ich werde dir nachfolgen. Wo immer du auch hingehst, ich werde dir nachfolgen. Deine Leute werden meine Leute werden. Dein Gott wird mein Gott sein. Du hast mein Herz. Ich gebe dir meine Loyalität. Ich folge dir. Umkehren und glauben. Umkehren und glauben. Wir geben unser Herz. An einer richtig tiefen Ebene. Und das ist, wozu Jesus uns ruft. Er sagt zu uns. Er sagt zu uns. Kehr um und glaube. Geh mir deine Loyalität. Geh mir dein Herz. Geh mir dich ganz. Sei Teil dieses Reichs. Folge mir nach. Das bedeutet es, Christ zu sein. Ein Bürger des Himmels. Gerufen, um zusammen unterwegs zu sein. In einem fernen Land zu leben. Ja, dort, wo Menschen nach einem anderen Ort schauen. So, wie finden Menschen Gott? Es geht durch Menschen. Durch Christen. Die ihre volle Loyalität dem Reich Gottes gegeben haben. Die so leben, wie es aussieht, wenn man zu diesem Königreich gehört. Die eine himmlische Sprache haben. Die einen Lebensstil des Himmels haben. Die in ihrem Reifwerden immer mehr. Auch diese, diese sichtbar, diese Bürger des Himmels werden. Vor einigen Jahren habe ich so ein syrisches Flüchtlingslager im Libanon besucht. Und es war diese unglaublich aufwühlende Erfahrung. Es sind Menschen, die aus Syrien geflohen sind und jetzt in Armut leben. Und viele Gemeinden und christliche Gruppen haben diesen Flüchtlingen geholfen. Und eine Sache, die sie ganz oft von diesen Flüchtlingen gehört haben, war, Und ich sage das jetzt nicht, um das irgendwie zu degradieren oder unbedeutend zu machen, was andere dort machen. Aber ich wiederhole einfach, was ich öfters gehört habe. Und die Flüchtlinge haben das gesagt. Unsere Regierung hat versagt. Unsere eigene Religion hat versagt. Aber die Christen haben uns geliebt. Und es hat sie berührt. Die haben dort etwas gefunden, was ihnen erzählt wurde, was nicht existiert. Aber durch Christen, die das Reich Gottes gelebt haben, konnten sie etwas erfahren, wo sie dachten, das gibt es nicht. In deinen Familien, das sind möglicherweise Menschen, genau wie die sind. In deinem Arbeitsplatz, das sind Menschen, die suchen. Das sind Nachbarn, die suchen. Die Menschen, die du triffst, sie suchen. Sie suchen nach etwas. Und mögest du der sein, den sie berühren können. Als ein Individuum. Und auch als eine Glaubensgemeinschaft. Mögen sie Gott entdecken. Durch dich. Können wir noch beten? Ich habe gesagt, diese Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Dieser Ruf von ihm umzukehren und zu glauben. Es beinhaltet Vergebung der Sünden. Und es bedeutet, in diese Nachricht von Jesus zu glauben. Aber in einer tieferen Ebene. Da geht es darum, ihm die ganze Loyalität zu geben. Wirklich unsere Kernloyalität. Das Zentrum, der Kern von dem wir sind, ihm das zu geben. Und ihm zu vertrauen. Heute Morgen möchte ich dich fragen, wenn du Jesus noch nie begegnet bist, heute kannst du ihn erleben. Er ruft dich, umzukehren und zu glauben. Es ist ein Schritt des Glaubens. Es ist das Allerwertvollste, ihm zu geben, was du hast. Aber das ist, wonach Gott ruft. Und heute Morgen kannst du ihm das geben. Wenn du ein Nachfolger kriegst, wenn du bist ein Christ, möchte ich dich bitten oder dich fragen, das immer auch oder erneut zu tun. Möchtest du ihm deine Loyalität heute geben? Dieses Kostbare, was in dir ist, es ist im Zentrum von unserem Sein. Es ist nichts Bedeutenderes oder Wertvolleres, was wir haben und geben könnten. Und wir können es ihm geben. Und ich möchte einfach jetzt beten für euch. Und wenn du das auch körperlich oder physisch ausdrücken möchtest, als einen sichtbaren Schritt, deine Hände vielleicht ihm entgegenstrecken. Vielleicht möchtest du aufstehen, vielleicht möchtest du auf die Knie gehen. Tue irgendwas Sichtbares. Um das Gott auszudrücken und sagen, das ist wahr, das bin ich heute Morgen. Lass uns beten. Ich möchte, dass du dir einen ganz kurzen Moment nimmst, um einfach zu Gott persönlich zu reden. Erzähl ihm, was in deinen Gedanken gerade drin ist. Erzähl ihm, was in deinem Herzen ist. Erzähl ihm, was in deinem Herzen ist. Erzähl ihm, was in deinem Herzen ist. Und Gott, wir stehen oder sitzen oder knien vor dir. Wir kommen zu dir heute Morgen. Und wir bringen dir uns selbst. Wir danken dir für dieses großartige Geschenk des Lebens. Dieses kostbare Geschenk zu leben. Und du hast uns Freiheit geschenkt. Du hast uns Freiheit gegeben, zu wählen, zu entscheiden. Und heute Morgen möchten wir eine Entscheidung treffen. eine Entscheidung zu treffen, umzukehren zu dir. Und dir unser Kostbarstes zu geben. Unser Vertrauen. Unsere Loyalität. Unser Herz. Und heute Morgen möchten wir das dir geben. Und wir beten, dass du unser Leben berührst. Und das wird durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Dass dadurch uns dein Leben füllt. Dieses Reich Gottes Leben. Das himmlische Leben. Und dass du uns zu deinen Leuten machst. Dass wir dein Volk sind, deine Nation. Dass wir Menschen des Himmels sind. Und während wir in dieser Welt leben. Als Pilger, die auf der Durchreise sind. Mögen wir hier wirklich wahre Bürger des Himmels sein. Und gemeinsam diese Kolonie des Himmels. Und für dich ein Zeugnis sein. Und Vater, wir beten, dass durch uns Menschen dich finden. Dass sie dich erleben und erfahren. Dass sie kommen und dich sehen. Durch das, was du in uns durch uns tust. Und durch uns tust. Jesus, wir sind nicht perfekt. Wir sind aus Fleisch und Blut. Aber du hast eine Herrlichkeit in uns. und möge diese Herrlichkeit in uns gelegt. Und möge diese Herrlichkeit scheinen. In dieser Welt. Wir fragen das und für deine Ehre. Und jeder hier sagt. Amen. Amen. Vielen Dank. Amen. Vielen Dank dir. Können wir Michael eine? Amen. Amen. Vielen Dank.